Hallihallo So, wir sind wieder zurück beim Metro Last Light Und wir müssen irgendwie nach Hause kommen Wir wurden wieder Ja, verarscht, gefangen genommen Wie auch immer Schauen wir mal die Lichter aus Und hier ist nicht irgendwie Ja, aber trotzdem Man kann ja nie wissen, ne? Man kann nie wissen Mein guter Wo ist denn dein Gewehr hingefallen? Warum haben die denn keine Muni? Meine Muni ist voll, ne? Ich glaube, die Muni ist voll, ja Gut, ich habe nichts gesagt So, wenn ich hier hergehe Ah, Entschuldigung War Absicht Ja, Muni ist voll, alles klar So Da hinten ist einer Keiner gehört Okay, hier sieht man mich Das ist scheiße Kann ich da Kann ich nicht hoch, okay Gar nichts Gar nichts Gar nichts Okay, was haben wir denn da? Eins, zwei Das sind zwei, oder? Wahrscheinlich Wahrscheinlich Kommt er hier Kommt er hier Scheiße So Was war da? Hat er mich gesehen? Nein Glaube ich nicht Quatsch Ich habe den Befehl Euch allen ein paar Aufgaben zuzuteilen Das hätte ich nicht erwartet Was ist passiert André? Der Bau ist in der heißen Phase Und denen fehlen Leute Also Setzen Sie uns darauf an Ich verstehe Na dann Irgendwann gibt es den zwei Vorwärtsen etwas zu tun Jawohl Und das ist der Wo geht der? Ist das spannend Junge, Junge, Junge Äh, da ist auch einer Eins, zwei Drei, vier, fünf Sechs, sieben Alter, scheiße Okay Hier rein Kann ich nicht Ich muss da hinten hin, okay Ja, es ist Dezent umkurven Was war denn Wenn ich Kann ich da oben Nicht durch? Ganz ruhig Was ist denn Wenn ich hier hochgehe? Ey, aus Geh doch Okay Oh, schade Okay Okay Oh Okay Kurz Ähm Scheiße Keiner gehört Eins, zwei Okay Hier gucken wir uns gleich um Wenn der Eliminiert ist Oh, dass wir das Licht ausgemacht haben Bam So Was haben wir hier? Ach schön Gar nichts Ja, das Das macht natürlich Das macht Freude auf mehr Scheiße Ja, was macht er da? Äh 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 Aha Ja komm, setz dich wieder Nichts passiert Beziehungsweise Hier ist eine Tür Tatsächlich Aber Hä Warum muss ich denn da hin? Bin ich jetzt wieder komplett Falsch gelaufen? Tja, Leute Ähm Nein, deine Ohren drehen durch Alles gut Komm, jetzt setz dich wieder hin Ah, okay So, tut mir leid Das musste jetzt sein Ich will mich hier ein bisschen umgucken Denn Okay Jetzt hat er mich doch leicht vor diesem Einen Geräusch erschrocken Ja, schön Hier gibt es Absolut Nichts Hier gibt es Gar nichts Da hat es sich richtig gelohnt Den hier wegzuholen Wow Ich hätte natürlich Glaube ich auch das hier Egal Egal Hat ja so auch funktioniert Hallöchen So Fällt ihm das auf Wenn er einfach öffert zu reden Ja, anscheinend nicht Na gut Dann Äh Schauen wir mal Licht aus Nehmen hier ein bisschen was mit Das nehmen wir ein bisschen mit Schön Schön, schön, schön Ansonsten gibt es hier eher wenig Ne Ja Doch relativ wenig Gut Ah, ist das nicht der Sack von eben? Okay Äh Das war wahrscheinlich nicht so gut Oder Gott Ihn sich einfach gar nicht bewegt hat Okay Weißt du das? Wieder so ne Kanne Ähm Oh, ich muss sogar da durch Okay Okay, das fällt doch bestimmt auf Wenn ich hier jetzt Erstmal ordentlich mit dem Tor lospolter Ähm Was haben wir denn? Oh, schön Schön Willst du doch da Bäm Gürtelicht aus So, wo ist er hier? Der Obermods Wo ist er hin? So Hier nochmal lesen Bitteschön Und Bitteschön So Hä, wo ist denn der Typ jetzt hin? Hä? Ah Eine Raum Ja, ja, ja Machen wir hier Nichts Gut Dann gehen wir wohl doch in die andere Richtung Hier nochmal gucken, ob es irgendwas Gibt, was man mitnehmen könnte Hier Gott, alles abgeschlossen Na gut Ui, 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 ui Äh Warte nur Wie wäre es mit dieser Stelle? Okay Pssst Du entkommst auf dich Was? Hä? Ja, komm Komm her Was machen die denn da? Ich bin doch von hier gekommen Was zur Hölle? Ja, oder was zum Teufel? Was Was ist los mit euch? So Wir finden dich gleich Ja Beeil dich Viel Zeit ist nicht mehr Wir haben nur noch 10 Minuten Plus minus Ein bisschen was Okay Suchen wir ihn Ja Hauptsache Er kommt jetzt Oh, ich wurde gesehen, oder? Nicht hier Da Ähm Was? Was? Ähm Okay Das war jetzt nicht der Plan, aber Ist, äh, ist okay Ja, klar Ja klar, lad nach Alter Na ja, schön Ja, und das Stress Zielen treffen Ist nicht so Meins Fick Ey, es gibt's auch gar nicht Lass mich verwaschen Lass mich verwaschen Entschuldigung Was zur Hölle? Alter Da sagt jetzt bitte keiner was zu Das war Sehr schlau, ich weiß Gibt's doch gar nicht, ey Was ist denn los mit dem? Fick dich Äh, ja, ich glaub, du bist mehr als getroffen Danke Alter Ah Fuß Q Okay Oh Oh, schade, das explodiert nicht Alles klar Nur noch einer? Oder eher null Ne, einer Zwei Okay Nicht gesehen So Mal gucken Na Meine Nase juckt Huiuiui Okay Ähm Jetzt ist die Frage Hier muss ich nicht her Kann man hier Da kann man nicht Nein Gut Ausschalten Ausschalten ist, glaub ich, noch einigermaßen moralisch vertretbar Ja Ja, aber die wussten jetzt direkt, dass ich da bin Also Hätte man da auch nicht wirklich was anderes machen können, oder? Schätze ich jetzt mal Also Da war doch ein Filter So Ach, scheiße Ähm, hallo Ah, okay Perfekt So Eins Zwei Drei Vier Okay Okay Temperatur der Fünf Da hinten sechs Er guckt hierhin Was haben wir da? Nichts Wer ist da? Scheiße Deine Ohren Na Wird wohl nur meine Fantasie gewesen sein Oh Fuck ey Okay Ähm Okay Ich schätze, hier bin ich richtig Eventuell Oh, kacke ey Da unten ist auch noch Einer Alter, hier sind Vier Da unten ist einer So, vier Äh Fünf Sechs Sieben Acht Neun Da oben Wie komme ich denn? Geh wieder hoch Oh Ja, wollt ihr mich denn? Wie komme ich denn? Wie zur Hölle komme ich denn jetzt? Sieht er mich? Okay Keiner gesehen Ich Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie Ne Anscheinend nicht Gut Wollen wir mal gucken Ja, ja Hier sind deine Ohren Alles gut Alles gut Ach, kacke Oh, oh Oh, oh Oh, ich bin schon oben Sag das doch Keiner gehört So, die machen sich da gerade verrückt Und ich weiß absolut nicht, wo ich bin Oder was ich Machen soll Okay 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 Eins Nur einer hier oben Ah, shit Das war absolute Scheiße gerade Ähm 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 Sie sind hier Nein So, hier habt ihr noch was zum Lesen Bitteschön Und Bitteschön Okay Okay Oh, oh Nicht gut Nicht gut Aha Das war natürlich sehr scheiße Ein bisschen Oh, fuck Nicht wieder so einer War mein Plan Ach da So 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 Hey Das gibt's auch gar nicht Bin ich zu dumm zum Treffen Anscheinend, ja Von wo kam das Shit Es ist gar nicht so optimal gelaufen Hier Ähm Genauso Ich hab gar nicht getroffen, Mann Was ist denn los mit dem Warum kann ich denn nicht zwischen diesem kleinen Spalt herschießen Oh Nichtsdestotrotz Ähm Liebe Leute Ich werde hier jetzt eben die Aufnahme beenden Sage Vielen Dank Wirklich Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Tschüss